Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu mal wieder einer neuen Runde von Draw My Sing. Ich bin ja gerade im Spiel, weil ich in eine Runde gegangen bin, wollte ich aufnehmen, hab gemerkt, dass es nicht geht und ja, da muss ich erst schief aus starten und ja, hab halt jetzt während der Runde erst angefangen aufzunehmen. Aber ist ja eigentlich kein Problem, Leute, der Titel heißt 10 Millionen, einfach nur 10 Millionen und ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, ich habe es auf Twitter gepostet, dass, wenn es so weit ist, ihr einen Screenshot machen sollt und es hat jemand, ja, ziemlich knapp geschafft, 3000 Klicks danach, also jetzt habe ich es schon verraten, 3000 Klicks danach. Penis, hm, nein, kann nicht sein. Send, nee. Äh, was? Shirt? Okay, da habe ich wohl ein bisschen zu sexistisch gedacht. Alles klar. Ähm, ja, 10 Millionen Videoaufrufe wurden geknackt auf meinen Kanal. Ja, das ist schön. Das ist wunderschön. Vor, ich glaube, drei Tagen, ja, drei Tage kommt irgendwie hin und das habe ich euch zu verdanken natürlich. Also vielen Dank an jeden Einzelnen, der meine Videos guckt. Ein Video, was einen sehr großen Einfluss darauf genommen hat, ist natürlich mein 10 Fallen Video, 10 Fallen in Minecraft Video, was ich ja schon 2013, glaube ich, hochgeladen habe. Ja, Minecraft, wenn man das nicht weiß, dann weiß ich auch nicht. Ähm, das ist natürlich sehr uch hier gemalt. Ähm, ja, also hier. Oh, ein Clasher. Nicht schlecht, der Skin. Nicht schlecht. Äh, ja, wie gesagt, vor drei Jahren habe ich ja dieses Video hochgeladen und da war, ja, da gab es noch nicht so viele Videos mit Fallen in Minecraft. Wenn ich jetzt heute so ein Fallen Video machen würde, dann würde es nicht mehr so abgehen auf jeden Fall. Und es ist immer mit diesen, ja, viral Videos, ne, so ein viral Video ist nicht so einfach zu erstellen. Man muss da, es muss wirklich alles zusammenpassen. Ähm, oder manchmal muss auch nicht alles passen im Video. Also, manchmal können selbst die komischsten Videos zum viral Video werden, also zu einem beliebten Video. Beispiel so ein 5-Sekunden-Video, äh, irgendwie ein 5-Sekunden-Video kann auch ein paar Millionen Klicks bekommen. Ich habe da schon die komischsten Videos gesehen, wo wirklich sehr schlecht behauptet sind und alles und trotzdem sauviele Millionen Klicks haben. Ähm, es muss einfach alles stimmen und, äh, ja, die Qualität muss manchmal auch gar nicht stimmen, also, man muss einfach zum richtigen Zeitpunkt und, ja, so, ne, dann müssen die Medien das am besten noch posten und alles, ähm, darüber berichten, dann gehen die Klicks jetzt richtig. Kau. Oh, Mann. Ähm, ja, ja, so viel dazu jetzt erstmal. Dann noch zu einer neuen Serie. Also, danke nochmal für 10 Millionen Videoaufruf und danke, dass ihr immer noch meine Videos guckt. Ich mache jetzt schon, glaube ich, seit, ja, natürlich, das heißt glaube ich, und bin wirklich blöd, seit dem 1.12. 2012 mache ich Videos hier auf diesem Kanal. Habe natürlich davor auch schon YouTube-Videos gemacht, wisst ihr alle. Oder sollt ihr wissen. Äh, was soll das denn sein? Äh. Beans! Haha, Mann, ich bin der Beste. Ähm, ja, ich habe schon davor Videos gemacht auf YouTube, bloß auf anderen Kanälen. Und, ja, jetzt mal zu einem neuen Format, was ich gestartet habe. Und jetzt, äh, heute leider keine Folge hochklang habe um 16 Uhr. Und ich habe ja dieses Format namens Daily Facts gestartet. Und ich sollte vielleicht mal hier, ähm, ne, Google-Upsetzer am Start nehmen. Ja, also ich habe ein neues Format angekündigt. Am 1. Oktober habe ich angefangen, das hochzuladen. Die erste Folge. Und das nennte sich, oder nennt sich halt, ne, Daily Facts. Beziehungsweise Daily Fact. Weil ich habe ja täglich einen Fakt quasi euch, äh, gezeigt. Manchmal noch ein paar mehr eigentlich. Äh, to... Team... Team... Teamen... Ach, ich weiß auch nicht. Timer. Ach, Tempel, verdammte Axt. Jetzt bin ich dran, oder? Wolf. Ah, dann Wolf. Okay, alles klar. Ähm... Okay, was mache ich da jetzt am besten? Ähm... Mann, was mache ich denn für den Kopf? Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Mach mal ruhig mal einen Screenshot machen. Ähm, ja, Daily Facts habe ich jetzt halt, ne, am 8. Kein Video hochgeladen. Ich habe ja gesagt, ich lade jeden Tag um 16 Uhr ein Video hoch. Und das ist ja mal... Ähm... No... Ho... Ho... Zwei Buchstaben, Mann! CD! Yes! Dankeschön für die Hilfe! Ich muss hier Screenshot machen, ich brauche Screenshot für mein Thumbnail. Ähm... Ja, ne? Und... Also, die erste Folge ging schon ziemlich ab. Über 1000 Klicks. Ähm... Ja, und dann ist halt ein bisschen runtergegangen. Und ich will euch jetzt nicht zuspammen mit Videos, die ihr nicht sehen wollt. Das ist natürlich auch ein Schwachsinn. Ähm... Ich habe schon in den Kommentaren gelesen, dass es euch gefällt. Aber es gibt dann halt mehr die Kandidaten, die nicht schreiben, dass es ihnen nicht gefällt. Ähm... Oh, Mann! Habt ihr das gesehen? Oh, Mann! Eine Sekunde danach... Oh, mein Gott! Dann wäre ich jetzt vielleicht der Erste. Mann, Michi, du bist so ein bescheuerter! Hm... Yellow... Nee... Ich glaube hier nicht. Ach, Mann, was ist denn das? Pillow! Oh, Mann! Ein Kissen! Oh, mein Gott! Michi! Oh, mein Gott! 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 Ja, also... Die letzten Folgen haben jetzt nicht die Klicks bekommen, die ich erwartet hätte. Ja, an Daily Facts. Also, kann man wieder sagen, ich bin klickgeil oder so. Aber ich schaue halt einfach auf die Klicks, ne? Ist ja ganz klar. Wenn jetzt ein Video mehr Klicks kriegt und das andere dann nicht so viele... Und ich dann halt voll viele von der Art hochlade. Oder voll viele vorproduzieren und alles. Und die dann halt nicht geschaut werden. Ist ja auch schwachsinnig. Ich mache mir da nämlich sehr viel Arbeit. Wirklich ist es wirklich mega viel Arbeit, eigentlich so ein Daily Fact Video zu machen. Keyboard, oh mein Gott! Weil man muss erstmal die ganzen Bilder, also man muss das alles recherchieren, ne? Erstmal ein Thema suchen, das ist ja das Erste. Da muss man Bilder suchen, die man ins Video packt, weil sonst hätte ich ja jetzt bloß quasi... Ich würde halt darüber reden, ne? Also, wenn ich so ein Video mache, dann nehme ich das quasi... Cake! Yes, wenn immer noch zweiter. Dann nehme ich das quasi mit Auto City auf. Und dann muss ich halt, ne? Das ist halt in Sony irgendwas einfügen. Muss ja schauen, dass ich quasi nicht nur im ganzen Video durchgängig einen Black Screen habe. Sondern, dass ich halt auch zum Beispiel dieses Bild, das ich da gemacht habe. Mit dem im Hintergrund, abstraktem Hintergrund. Und dann steht da Daily Facts. Das habe ich ja quasi bei jedem Video eingeblendet. Dass es halt nicht Black Screen ist, weil das ist halt einfach Kacke. Und dann muss ich ja schauen, dass noch Abwechslung mit drin ist. Vielleicht an den Stellen, wo ich gerade über irgendwas rede, wo ich auch ein Bild zeigen kann. Muss ich dann ein Bild recherchieren und alles. Also, es ist schon nicht ganz ohne. Ähm... Ja. Steckt schon viel Arbeit dahinter. Das ist das, was ich mir sagen möchte. Und wenn dann halt nicht Video das anschauen... Ah, Mann! Verdammt, ich bin einfach zu langsam. Ich kann einfach nicht reden und dieses Spiel spielen gleichzeitig. Ich müsste es vorproduzieren. Also, ich müsste es hier so aufnehmen. Und dann nachher im Nachhinein. Hä? Das ist doch ein Herz, oder? Katz! Yes! Ähm... Ja. Mal gucken, wie das dann ist. Äh... Okay, ich versuche gerade eine Disco-Rule zu machen. Ah, Mann! Was soll ich denn da zeigen? Ich bin dritter Platzfluss. Ja, gut. Damit kann man... ...leben. Ähm... ...die Scheiße, die ich jetzt einhören habe. Bin ich überhaupt schon mal erst geworden? Ähm... Ich habe keine Ahnung. Gut. Haben wir wieder ein bisschen über was geredet. Ähm... Ja. Wo war ich jetzt Schirm, mein Lieben? Bei Daily Facts, genau. Also... Ich wollte das jetzt eh... Ich konnte das jetzt... Mir war sowieso bewusst, dass ich das nicht mehrere Monate durchziehen werde. Ich dachte mir, so zwei Wochen vielleicht. Und, äh... Ja, jetzt habe ich es einfach... Eine Woche mal durchgezogen. Ich habe noch ein Video vorproduziert. Also die achte Folge. Mal schauen, ob ich die vielleicht noch hochlade. Ähm... Ja, ist halt jetzt blöd. Ich wollte eigentlich... Ja... Wenn ich dann die nächste Folge mache, ist es vielleicht... Nee. Ich wollte eigentlich das so machen, dass es immer nach den Tagen gerichtet ist. Ach, egal. Quasi, wenn jetzt der 10. Oktober ist, dann ist es die 10. Folge und so. Das wäre halt cool gewesen. Aber... Es ist... Ja... Es ist einfach unmöglich. Ich arbeite. Ich habe einen Vollzeitjob natürlich. Ähm... Dann muss ich noch in die Schule. Dann habe ich noch ein Leben. Und... Zurzeit bin ich nicht ganz so zufrieden mit der aktuellen Lage. Und, äh... Deswegen, ja... Bringe ich es einfach zeitlich nicht auf die Reihe. Ich hoffe, ihr seid mir da. Und dann schauen wir mal, wie es in Zukunft weitergeht. Ich habe ja schon gesagt, das ist eine... Mit der... Ihr entscheidet, was für Videos kommen. Auf einen Kanal. Habe ich ja... Vorgeschlagen so ein Thema. Beziehungsweise so eine Woche. In der halt... Ihr quasi... Die Themen entscheidet. Also... Eine ganze Woche... Kommen bloß die Videos, die ihr sehen wollt, auf einen Kanal. Das will ich auch noch machen. Und, äh... Ja... Dann schauen wir mal, wie das so ankommt. Also gut. Haut rein, Leute. Macht's gut. Und nochmal danke für die 10 Millionen Klicks. Tschau. Tschau. Tschau.